Liebe Leute, hallo und jetzt willkommen in einer neuen Folge von Counter-Strike Global Offensive. Mit Sepp, J, Peter, Darlucard und mir. Und wir spielen in Surgeon. Und wenn ihr jetzt auf den Boden guckt... Nein, das geht ja gleich erst los. Ja, wir gehen zu Villa oder was? Ich nehm die Bahn. Dann siehst du, wo du rauskommst. 1, 2 oder 3! Ich weiß nicht, wo ich bin! Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Jetzt ne Chance vorbei! Und jetzt kommen die schon oder was? Wir haben direkt die Geisel, oder was? Ich bin bei der Geisel im Haus oben. Ich bin in der Bahn. Drei Leute sind in der Bahn. Ich bin irgendwo draußen. Im Busch. Wir kommen über Busch! Ja, nicht alle, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ihr habt doch schon einen im Fluss gesehen, den seht ihr auf der Map. Das Flussmonster. Hab ihn! Von oben kommen sie auch, nice Jane. Oh, links, noch einer Busch! Einer links an der Scheune. Außen. Kommt rumgerannt. Ja. Blau. Blau macht halt blau mal aus. Jawoll! So, einen haben wir noch. Der ist bei Danu. Der ist bei mir. In der Scheune. Der ist an der Geisel. Unten. Oh, nicht die Geisel töten. Ich will die Geisel nicht treffen. Mach ihn weg! Zu! Oh! Nice, Jungs! Sehr cool. Tonrunde. Das ist ja alles ganz schön panisch. Man muss sie gar nicht befreien, sondern man muss sie halten. Okay. Wir sind Terroristen. Ja, wir sind Terroristen. Na, ich dachte wir müssen sie klauen. Die Geiseln. Ja! Die haben die doch schon geklaut. Das ist doch richtig geiler Klau. Das ist ein geiler Klau. Hast du schon mal Polizisten Geiseln halten sehen? Ja. Ich geh wieder ins Haus. Oh, leider muss ich auch ins Haus. Ab in die Barn! Alter, ich bin doppelt gepordet worden. So, ich geh wieder oben zur Geisel. Die kommt vom Wasser dann aus? Leute, sind sie hier schon wieder direkt? Bei mir auch! Drei Leute an der Scheune! Drei Leute an der Scheune! Wie schnell die sind? Einer ist im Wasser am Stein. Ja. Wieder einer ist bei der Geisel! Welcher Geisel? In der Barn! Ja, da bin ich ja gar nicht. Sepp hat sie ja beide gemacht. Sepp hat sie ja beide gemacht. Sepp hat sie ja beide gemacht. Und an der Treppe bei der Geisel oben. Wer ist noch bei mir gewesen? Ja, ich bin wieder runter gegangen. Ich geh überm Balkon. Was ist Bahn? Was ist Villa? Nein! Noch einer am Fluss! Einer war noch am Fluss. An der Scheune. Ah, oben aufm Dach! Oben aufm Dach! Scheunedach! Scheunedach, Dalu! Da oben links! Links! Easy! Hast du die ganze Zeit nicht gesehen? Dein Headshot! Kann ich ihn sehen? Ne, auf ihn schießen! Na geil! Ich will auch mal was machen hier! Alter, wie schnell die aber auch da sind! Ja, ich geh jetzt in die Villa! Ich geh wieder zu Villa! Ich geh wieder Bahn! Ne, ich geh in die Bahn! Ab in die Bahn! Ich geh in die Bahn! Ich geh hier dann! Das ist super lustig! Das ist echt krass! Ich spiel die Geisel-Maps! Ich spiel die Geisel-Maps! Na, guck mal ob einer von da oben kommt! Blockier ich dich? Wasser einer low! Wo kommen die denn alle, ey? Ich glaub vom Himmel kommt keiner! Oh, vom Wasser ist einer! Oh, draußen vor der Scheune! Hab ihn! Schön, einer noch am Wasser! Da ist noch einer am Wasser! Hab ich! Gelbes Gebäude! Ja, hier läuft noch einer rum bei mir! Ja, hier läuft noch einer rum bei mir! Oh Gott, der ist unten! Ah! Ich hab dir vorgenäßt! Einer müsste noch stark angeschossen sein! Was ist denn der andere? Boah, das ist echt schwer hier als Se... Äh, hier ist noch einer bei mir! Ja, hab ich! Hallo! Wo ist der Letzte? An der Geisel-Maps! Ja, sehr schön! Alter! Die kommen aber von allen! Auf allen Seiten kommen die hier! Keiner ist gestorben von uns! Das war gut! Ab in die Barn! Da kannst du einfach eine Blendgranate rauswerfen und triffst alle! Apropos! Granate! Ich weiß auch noch nicht, wo ich hier die Granaten eventuell hingehe! Alle im Kreis drehen! Teilen! Das war so klar! Nein! Wo bin ich am Haus? So klar! Alles Spacken, ey! Ich muss schon die Türen zulassen! So, ich guck mal Hügel! Einer war schon draußen am Stein! Äh, keine Ahnung! Müsste Wasser sein! Nichts überall Wasser, oder? Ja, aber ne! Eine Ecke! Hinten! Hinten! Vom Spawn! Wie kam der denn da hin? Alter! Du kannst echt von überall! Wir können auch beim Haar spawnen, ne? Ja, aber der kam hinten vom Feld! Zwei am Hügel! Das ist Christian! Ach schade! Zwei am Hügel! Am Hügel sind noch zwei! Einer hat noch Acht! Okay, da macht das schon! Das war der mit Acht, da ist noch einer! Ist unter dir! Killer ist im Haus! Ki 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 ki! Ha! Ha! Ooooo! Alter! Steht ihr da am Fenster, ey! Das hab ich nicht geregnet! Guck der denn da rum? Da ist ja nicht mal Boden geweht! Äh, da ist n Dach vor! Wie? TF fast für ne krasse Karte, ey! Das ist gar nicht so einfach! Die haben halt den Vorteil, die gucken halt auf die Fenster und dann erkennst du Leute halt direkt, wenn wir die halt absuchen müssten. Musst halt richtig krass verstecken. Ab in die Villa. Du musst einfach mega crazy campen. Ab in die Villa. Weil das ist ja, wenn ich in der Mitte stehe. Ist das dann random? Oder da, wo du letztens drauf warst. Wahrscheinlich mehr Anteile, ja. Ne, oder wo du letztens drauf standst, aber eben fällt. Ok, gerade die Posi war echt assi, ey. Einer will durchs Wasser laufen. Will's wissen? Ich glaub die haben Echo. Ne. Ja, die haben gerade gewonnen. Die haben Echo. Keine Ahnung, weil der gar nicht zurück geschossen hat, deshalb wundert mich das. Weil er die vielleicht nicht gesehen hat. Ok, Hügel sind wieder welche. Äh, hinter der Barn ist auch schon was los. Ja, da oben seh ich einen. Ober am Dach, auf der Villa. Auf der Villa? Auf der Villa. Ja, da musst du immer nach. Einer ist im Wasser vor der Scheune. Nice. In dem Wasser hab ich. Hier wollte gerade einer reinkommen, Christian. Das hab ich aber meiner nicht zugelassen. Ja, das... Hier ist der Villa oben drin. Auf der Bahn. Ach, oben kannst du rein. Oh nein. Oben in der Villa. An der Geisel. Habe ich Talu. Orange. Peter. Das ist der letzte oben in der Villa, ne? Könnt noch einer sein. Der macht die gerade rein links. Der Geisel. Ja, der muss mit der Geisel auch noch weg. Ah, die Jungs. Hat aber Cash bekommen dafür. Huuuuh. Der Geisel lebt doch noch. Ist er wirklich ein Taser? Ja, aber die haben die frei gemacht. Die haben einen Taser gekauft. Und Laser. Ja. Moment, die haben einen Taser gekauft. Achso, du musst einen Taser gekauft. Ne, die haben... Der ist von Box Borlosko. Der wird mittlerweile gedroppt. Das ist interessant. Ja, anscheinend. Das ist interessant. Das ist cool. So, ich bleib jetzt in der Mitte stehen. Willst du den droppen da, du? Ne, alles ist gut. Okay, ich bin Villa. Wo ist der Weg nach oben? Äh, zwei durch den Fluss. Bei der Geisel, im Geiselraum ist der Weg nach ganz oben. Aua. Zwei im Fluss. Daube Hügel. Einer im Fluss habe ich. Oh, einer hinten wieder. Ach kacke, da drehe ich mich gerade um. Hab ich. Peter, du achtest auf die Treppe. Ich achte auf die Hintertür. Ja? Welche Treppe? Da ist eine Treppe, die nach oben geht. Heiß ich hab einen HM und... In den ersten Stock geht. Vom Turbo rechts, ja da. Achso, ja, da kann ich machen. Ja, okay. Und ich gucke auf die Hintertür. Ah, einer draußen. Der Typ im Wasser am Stein. Äh, 40 HP. Die Scheune ist frei, Jungs, ne? Doof. Christian geht schon hin. Ich geh zur Scheune. Ah, schade. Er ist an der Scheune immer noch, der mit 40. Er ist an der Scheune. Draußen aber. In deine Richtung. Und da ist auch eine Geisel. Oh, nice, Peter. Ihr müsst zur Scheune. Wobei, wenn die die Geisel haben müssen, die immer noch bis zum Hostage-Ding war. Ja. Der hat sich nur huge gekauft. Oh, na. Oh, Peter. Jetzt noch der Scheunentyp. 40 HP. Der hat immer noch nicht die Geisel holt. Der ist aber auch gut. Da, okay. Ach, schade. Scheiße. Der steht noch hinter der Scheune. Ja, meine Handwerker sind jetzt gerade mal spontan vor der Tür. Richtig gut. Dann, äh, schon mal Auszeit? Ja, ich mach den jetzt weg. Warte, ich mach den jetzt weg und dann noch Auszeit. Soll man eine Auszeit nehmen? Oben. Schade. Mach den jetzt weg. Ah, ah ja. Hat nicht geklappt. Wie sieht er denn Geldtechnisch aus? Also ich muss J, muss einer legen, oder? Peter kann J legen. Ja. Jetzt stimmt. Ich werde mal eine MP-Runde machen. Ja. Dalu, ich werde mich mal mitten mit dir in die Scheune stellen. Dort ist Kacke draus. Die können von allen Ecken kommen. Die Scheune selbst hat leider, also die bietet dir auch nicht den besten Schutz. Die hat auch zu viele Eingänge. Ja, du kannst ja oben noch, äh, unter das, da. Ja, da bin ich immer. Aber da kannst du halt, da sind Fenster auf beiden. Genau. Und dann, dann schießen die halt genau ins Fenster rein. So wie doof. Bei J noch zu, du hast nur 13 Sekunden. Ja, und dann hat er noch 10 Sekunden. Ja, und dann hat er noch 10 Sekunden. Ja, wir werden bestimmt ein Ründchen ohne ihn spielen. Nämlich mal steigen. Ja, ja. Keine Waffe geben soll. Steht er einfach draußen jetzt vor der Villa. Erkennt das doch. Und dann... Und für den hab ich gedroppt. Och Gott, so ein Scheiß. Ja, aber dann hat er... Er hat nicht gekauft. Also er hat keine Rüstung. Also... Ja, aber wir haben halt Geld verloren. Ja, aber wir haben halt Geld verloren. Guck mal einfach wieder rein. Ja, J bewegst dich. Gott. Achso, wahrscheinlich wegen dem Spor... Ah, doch. Ja, genau. Hallo, hallo. Wir gehen alle in die Bahn. Ja. Handwerk... Ich glaub ich geh jetzt einfach... Ich renn auf den Hügel. Äh. Let's go. Hey. Oh da, Lud, die pushen hier. Ja. Keine auf... Schon direkt vorne ist einer. Den auf dem Hügel hab ich. Sonst seh ich hier oben keinen. Kacke, den Außen. Dem hab ich 60 gedrückt... 40 gedrückt. Der hat 60 noch. Einer auf dem Dach. Was klingeln wir das denn jetzt? Meine. Alter, der Hassan ist so übel. Alter. Hassan. Der steht wieder... Hinter der Scheune steht der wieder. Ach. Geh kurz. Uiuiui. Uiuiui. Steps überall. Boah. Ja, die sind oben auf dem Dach. Ja, die sind aber auf der Dalu. Dalu macht der gerade einen nach dem anderen weg. Ja, ist so gut so. Mit fünf Leben. Nein. Ach, der war drin. Da kam er grad rein. Der eine war drin. In der Scheune. Ja, die... Links ist er raus. Was ist denn der Weg da draußen? Ich glaub er stand genau hinter dir. Oh nein. Da ist kein Ausgang. Ach so, nein. Da ist kein Ausgang. Ach so, nein. Dann hat der mich hart ver... Was ist denn wie? Es ist jetzt raus... Sorry. Die sind ja super schnell an der Scheune. Das ist ja richtig assi. Der eine war direkt hier. Ist oben in der Scheune ein Loch oder nicht? Oder kann man das aufschießen? Weiß ich nicht, Dalu. Ich hab grad geguckt. Ich bin in der Scheune. Ich glaub hier ist kein Loch. Ich weiß nur nicht, wer da nach oben gekommen ist. Hier vorne... Nach oben hier vorne ist ja ein Leiter außen, ne? Ja, außen. Aber wie kam er dann von oben... Er ist hier runter gesprungen, wo ich jetzt bin. Ist ja auf meinen Kopf gesprungen. Steppst du? Ja. Einer scoped vor unserer Scheune. In die Richtung. Ja, ich seh's. Ach, weg mich doch am Arsch. Hier draußen war einer. Auf dem Berg war einer. Mann, heilige Kuh, ey. Christian lebt noch. Ich lebe noch. Entweder am großen Felsen. Großer Felsen. Das ist ja einer von... Ach fuck it. Ich dachte das wär einer von euch. Ach du nicht da raus. In dem kleinen gelben... Genau, Peter. Wow, nice. Jay. Ach, das war gar nicht Peter bei Jay. Na da draußen ist ne A war. Der letzte Sniper ist am großen Stein gewesen. Das ist Wasser halt. Ja, Wasser. Äh, Wasser Scheune. Okay. vad Dann hat der Typ halt irgendwie auch noch 10 Pakete und dann verklickt er sich und muss alles nochmals scannen. Du stehst dann und denkst dir so, alter, doch nicht jetzt. Aber wir haben ja gelernt, wir sollen freundlich zu den Postleuten sein. Warten Sie schon, ich muss die Geiseln retten, verteidigen. Einer Stein. Das Hass hat wieder. Einer von außen. Von außen? Vom Haus. Der russische Typ kommt vom Haus. Den habt ihr auf der Map gesehen. Ah, hab ich gesehen. Ja, Jay guckt auch im Hügel. Einer low. Einer! Den hab ich nicht, ich weiß nicht von wo. Den einen, den russen hab ich. Au, 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 au. Ja, ist im Haus schon. Ihr habt noch vier. Was? Der muss mit der Geisel noch jetzt nach links, Jay. 72 Scheune, Geisel. Nice. Der andere war Scheune. Genau. Der Wille. Du solltest zum Abgabepunkt gehen. Das ist glaube ich besser. Ja. Du weißt ja nicht, wo die herlaufen. Äh, Scheune hat ja gerade aufgepickt. Muss weiter rüber. Voll riesig. Ja, das ist echt riesig. Ja, das ist ein großer Punkt. Das ist ganz geil eigentlich. Voll so Open World läuft. Die sehen dich halt aber auch ganz gut jetzt, ne? Okay. Was soll ich machen? Der müsste von links kommen. Äh. Da. Da. So weit geht das noch. Krass. Ähm. Einmal durch. Bis zum Ende. Der ist aber auch an die äußerste Ecke gegangen, wie du bist. Ja, stimmt. Äh. Eko, schade. Eko. Ja, abgefahren. Wollen wir irgendwie pushen oder irgendwas? Oder einfach deffen? Ah, pushen bringt ja nichts. Du weißt ja nicht woher. Okay. Du kannst ja eigentlich pushen. Ich geh den Hügel hoch. Let's go. Hier we go. Allee, allee, allee. Hier kann man auch noch kaufen. Cool. Ich brem mich einfach irgendwo in die Map. Oh, die pushen. Ich kämpfe gegen Hassan. Der ist low ey. 3 HP. Keiner am Hügel. Keiner am Hügel. Jetzt auf dem Dach, auf der Scheune. Da ist der auf mich drauf. Das gibt's doch nicht. 2 oder 3 an der Scheune. Ach, Assi. Einer drauf auch. Ja, der ist runter gesprungen. Schön. Er ist low. Ich hätte ihn nur oben erwischt, dass er es low. Ja, aber ich hatte keine Muni mehr. Und der ist runter gefallen. Nice. Oh, da war der doch close. Schade. Jay kannst 2 mal droppen. Einmal, davon bräuchte ich. Für. Danke schön. Der könnte auch theoretisch noch was kaufen. Der könnte auch theoretisch noch was kaufen. Der könnte auch theoretisch noch was kaufen. Ja, kann ich. Weil ich. Du bist gleich geportet. Das ist nicht schlimm. Danach kannst du immer noch kaufen. Okay, okay. Lind. Achso, ihr seid jetzt hier, okay. Da machen sie vorsichtig, oder was? Denk mal. Ja, die kommen rein. Alter! Ja, die, äh, zwei Scheune, habe ich gesehen. Ja, einer ist obendrauf. Der andere redet hier vor rum. Ich werde jetzt Fenster vermeiden. Obendrauf habe ich. Hinter der Scheune ist noch einer. Nice. Ah, der war gut. Da ist noch einer in der Mitte. Ach, vor allem hier oben drin ist doch einer. Ich habe doch Steps gehört. Scheiße, ich dachte, das ist mit draußen. Außen ist auch noch einer bei der Scheune. 20 HP hinter der Scheune. Ja, rechts ist einer und links. Das ist so ein Try-Harder, der Hasser. Äh, richtig. Geil. Geil. Der andere hat die Geisel schon. Da, da war er. Rechts. Rechts. Ach, schade. Schade. Das war es gut gerade. Ach, schade. Scheiße. Ich kann kaufen. Aber da reicht es. Ich kann aber einen Pi kaufen, das ist nicht schlimm. Dann kaufen wir mal was billiges. Na dann. Nicht schlimm. Jetzt habe ich eine Zeus gekauft. Oh Gott. Auch gut. Machbar. Der hat gerade ein bisschen geleckt oder so. Da habe ich einfach zu übergeklickt. Das war natürlich clever. Scheiße, was mache ich jetzt? War der nochmal der Zeus? Ja, die kommt von hinten da. Der Taser. Einen habe ich. Einer ist schon drin in der Scheune. Den habe ich. Bei mir ist einer. Wo bist du? Haus, blau. Haus, okay. Ich bin ganz oben im Haus. Na, ich bin in dem einen kleinen Haus. Guck auf die Map. Blau. Da ist einer. Bei blau. Ja. Ja. Echt, Sam. No shit. Ja, lieber eine zu wenig ansagen, als eine zu killen. Null. Als ob der das überlebt hätte. Nice, Jay. Einer fehlt. Gerade von hinten. Ja, der letzte ist. Den haben wir noch nicht gesehen, oder? Ich glaube, einer war aber noch Richtung Wasser. Schön auf die Geisel achten. Oh lol, hier ist ja auch noch ein Weg. Dass ihr aber den getötet habt, aber da war vorhin noch einer. Ja, der ist im Haus. In dem kleinen Haus, wo Peter den schon mal gekillt hat am Wasser. Im gelben, ne? Vor der Villa. Ja, in dem gelben Haus. Weg einfach die Geisel hier. Der ist raus zum Wasser. Jawohl. Okay, das ist klar. Ich habe mich keinen Müll mehr überwicht die ganze Runde. Perfekt. Das ist taktisch, Peter. So helfe ich dem Team am meisten. Ah, Quatsch, Peter. Versuch mal auf den Hügel zu gehen und von da aus zu snipern. Oh. Missioniert. Wobei, was auch geht, ist aus diesem kleinen Häuschen raus. Ja. Löll, ich laufe hier gerade komplett. Brain, brain, afk, offen rum. Reicht. Oh, nice. Oh, Christian, da ist einer auf dem Hügel. Das wird übel. Ja. Der hat noch 60 auf dem Hügel. Was hat der für eine Waffe? Weißt du das? Der hat eine MP. Könnte aber sein, dass der meine Scout nimmt. Das war der, ne? Äh, ja. Hallo, bei mir einer außen. Kacke. Hat der mich doch gemacht? Das geht's nicht. Ach. Der Hasan ist krass. Stürm, die Scheune. Ja, ich habe auf den anderen geschossen. Letzter? Ja. Genau da. Nice. Nice. Der Hasan war auch low. Du siehst ja die Geisel. Bleib doch in dem Bus. Da kannst du nicht durch. Leiser. Beide. Okay, warte, warte, warte. Bleib doch da. Die konnten dich nicht ansagen. Sicher? Auch nicht sicher. Jawohl! Verrietes Fehler! Sehr schön. Ich habe ein bisschen Strafe bekommen dafür. Ja, der Busch ist ja mega nice. Also, da kannst du echt gut rauskuchen. Ja, aber der wird es aber richtig gut. Das ist ja nur eine Galilka. Ach komm. Äh, ja. Waren will er. Hätt ihr legen können, wahr? Ich bin mal gleich gespannt, wenn wir CT spielen. Ob die RT oder CT lastig ist. Ja, das ändert sich in dem Moment, in dem du die Map öfter gespielt hast. Ja. Ich kenne keine Spots. Steps. Zwei Leute. An einem Berg zu sein. Einen habe ich am Berg. Schön, Christian. Wir haben Echo. Easy. Ich auch. Hasan will wieder was sagen. Ja, ich habe dem direkt eine Hedder gegeben. Ja, das geht gar nicht, Christian. Wenn Hassan das Probi spielt. Hier ist noch einer an der Scheune. Okay. Und noch einen Header. Da ist noch einer. Ach, kacke. Der ist oben am Berg. Mann, das war schlecht geschossen. Ich gebe deine AWP da. Du stirb. Hier im Haus. Noll, noch einen Header. Nein, Christian teilt aus. Mit der Galil. Das ist die Waffe. Christian, dein Movement ist crap. Aber deine Headshotrate ist. Do you know English? Wem meint der denn mit do you know English? Jetzt flammt er sein eigenes Team. Ja, mein James. Achso. Wo ist denn Lulu? Lulu ist eben zwei Mal in Lügel gekommen. Lulu geht immer ins Haus. Ja, Lulu Steps. Der Handwerker ist weg. Jetzt bin ich. Oh, der ist unten. Lulu ist wieder rausgelaufen. Hier, Darlow. Du bleibst hier oben. Ja, der war im roten Haus unten. Dann gehe ich ins gelbe Haus. Jays Kopf. Müsste ich ja eigentlich sehen. Jays Kopf ist ganz schön hübsch. Da habe ich Lulu nicht gesehen. Ey, hinter dir, Peter. Oh Gott. Das war leider. Ich sehe deine Schritte. Und dann läuft dir einer hinterher. Ohohohohoho. Alter, Darlow. Oh Mann, ey. Okay, ich muss alles kommentieren. Ich bin Aschan. Ach stimmt. Ich habe immer noch zwei. Komm, ich. Ich kaufe bei dir. Hat er da jetzt geantwortet? Scheiße. Oh, ich muss kaufen. Ja, die haben was geantwortet. Das wird schon spannend. Kann ich das kopieren? Ich kann das nicht kopieren. Doch, kann ich. Ah, jetzt muss ich erst mal kämpfen. Was hast du denn geschrieben überhaupt? Halt die Fresse auf Russisch. Sicher, dass der das richtig übersetzt hat? Von der Seite. Von der Hostage. Zack, knies. Heißt, das wird dann ausgeschworen. Zack, knies. Zwei Leute bei mir. Bei dem kleinen Haus. Das sind zwei Darlow. Da ist noch einer hinter dem Haus. Einer auf der Scheune. Ihr kennt die Map nicht. Sehr gut. Ich weiß nicht, wo Aschan ist. Außen am Berg, glaube ich. Das müsste Stein sein. Report. Das ist alles Russen. Ich höre hier bei mir Wassergeräusche. Das kann doch gar nicht. Bei mir auch. Kann das ein Bug sein, dass der im Wasser ist? Ich habe nur noch Hassan. Der hat eine Orb und würde euch jetzt wahrscheinlich an einem anderen wechseln. Ich bleibe hier einfach an meinem Häuschen sitzen. Bei mir hat man nachgeladen. Grün warst du das? Ja. Aber die Steps habe ich nicht gemacht. Alter. Ich glaube, das kann der aber nicht lesen, oder? Liebe Zuschauer, falls du Hassan heißt, ich verarsche ihn nur. Also nicht hier alle Hassans jetzt beleidigt sein. Stimmt. Wie der das aber auch eiskalt durchzieht, ne? Wir sind manchmal etwas flapsig in unserer Ausdrucksweise. Wir hatten bei Alarmstufe-Rotreisen der Japaner bei. Aber für Sepp sind das die Japsen. Erst bei mir. Ist das okay? Nice. Nice, Zalu. Ach, das war die letzte Runde. Kommt eine Antwort? Schreibt da was. Okay, easy. Endlich nur wenn wir die Geisel aufheben können, denn Zeige. Oh Mann, ey. Dürfen die verteidigen? Ja, das fand ich schwierig. Hier kannst du so richtig hart schon campen. Musiker. Hier ist das gleiche mit den Feldern. Ah lol. Ah, es gibt vier? Ja. Hügel, Hostage-Zone, Scheune oder... Ja, aber die Bilder sind hier. Hier ist die Karte, wo die Einstiegspunkte sind. Ach so, das ist ja schön. Okay, schnell geguckt. Wo bin ich jetzt? Ich bin bei der Hostage-Zone. Ja, ich bin am Abend gespawnd. Am, am Haus. Wir sind am Haus, Jay. Super witzig. Vielleicht ist weit weg gar nicht so schlecht. Jetzt positionieren die sich aber. So, Jay. Haus, ne? Ich gehe da sehr, sehr schön offen rum. Guck mal, ob hier irgendwo auch im Gebüsch sitzen. Das ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Aber er ist richtig lustig, macht Hassan die Map. Ja, Hassan kommentiert auch gern. Geh Richtung Wasser, Darlum. Der blöde Silvestien hier bei mir. Wer ist denn orange? Ich bin orange. Ach, Peter. Und Peter ist uns blau. Oh, oh, das gibt einen Report. Der Kill war böse. Das gibt die Richtung Wasser. Hassan ist im Haus. Das ist lustig, wenn du den killst. Hassan ist im Haus. Das heißt, Scheune ist Hassan nicht. Es kann nur einer in der Scheune sein. Unten in der Scheune. Unten in der Scheune, in der Tür ist einer noch. Die Geise ist im Haus oben, oder? Peter, hol die Geise. Der ist oben im Haus. Oh, nice. Und trotzdem. Money, 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 danke schön. 600? Es gibt so ein Erreichen einer Geise. Ja, das ist schon, also 600 ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Für ein Menschenleben. Für ein Mensch. Ich muss mir jetzt noch mal die Map angucken, was hier drin ist. Okay, gucken wir uns jetzt mal. Das steht doch auf dem Schild. Ich habe jetzt gerade das gehabt gekauft, wenn ich das besser sehe. Ich will mal vom Wasser kommen. Wo ist das Wasser? Das Wasser ist C. Das Wasser ist C. Oh nein, wieso auch nicht zu wenig Zeit dafür? Jawohl. Scheiß, Postage. Nein, jetzt durch am Hügel. Nee, A und B ist Wasser. Scheiße, ja, stimmt. C und D ist Postage Zone. Sepp ist mit mir auf dem Hügel. Drei Schuss, das ist doch fünf oder so, oder? Ich habe die Schüsse aufgehört. Da ist einer auf dem Hügel. Da ist einer in dem kleinen Hügel, der Lulu. In dem kleinen Ding. Neben dir ist einer, oder? Ja, einer hat uns gepusht. Er läuft da durch den Wald oben. Alter, der hat mir gedrückt. Alter! Tja, für Peter hat es noch gereicht. Der holt sich wahrscheinlich mal eine Waffe. Wo ist er hin? Wo warst du denn? Er ist tot. Ich habe mich um ihn gekümmert. Christian ist doch nicht bei uns rumgelaufen. So. Da ist er. Wie war der, Jay? Hinten rechts am Haus. Das rechte Haus. Was hattest du für eine Waffe, Christian? Oben oder unten? Der unten war ja erst vor dem gelaufen. Also vor dem Haus war er. Nee, ich hatte eine Famaß. Er ist ja jetzt vorne gestorben, oder? What? Ich weiß nicht, ob der die aufgesammelt hat. Meine Waffe hat er jetzt auch. Aber Jay, deine Rechts-Links-Rate hat 100% fehlgeschlagen. Ich habe dir dreimal in den Menschen eine Richtungsangabe gegeben. Du hast dich instant falsch rumgedreht. Gerade habe ich mich falsch rumgedreht. Wann war das denn vorher? Wahrscheinlich als der Fäcker da war. Nach links im Haus. Als man wieder gucken geht. Alter. Und dem Headshot geben. Einer ist in dem Haus. Ja, in dem Haus. Einer ist oben. Über dir. Der ist rausgegangen, als der die Steps gemacht hat. Ja, wir müssen einen kurzen Weg finden. Direkt rein irgendwo. Wo ist am schnellsten? Kaufen, oder? Vom Wasser aus. Vom Wasser aus müsste der Kling der schnellste sein. A oder B? A. A und dann direkt in die Scheune. Lass mal versuchen. Okay, alle A. Wo ist denn A? Da, wo das Schild A steht. Ja, ich muss das erst mal suchen. Rechts. Direkt Action. Los, los. Ihr könnt jetzt schon laufen, wenn das Bild schwarz ist. Ah, da ist eine Wand. Wieso sind wir da? Ah ja. Einer ist im Wasser. Rein. Einer ist im Wasser am Stein. Da habe ich leider nicht gut genug gedrückt. Komm, hol die Geisel. Ja, ja, der ist schon dabei. Da kommt einer. Da kommt einer. Der ist am Auto schon. Links. Schade. Schade. Alter, das kann doch nicht sein. Okay, wir müssen vielleicht ein bisschen sneaky hervorgehen. Aber wir hatten eh eine Echo. Wir haben aber die Geisel gekriegt. Jetzt haben wir Geld. Ach, das war eine Echo? Ja. Achso. Nee, nee. Track 7. Gert ist gut. Okay. Ah, wo gehe ich denn hin? Ich gehe mal. Ah, ich nehme an der D. Ich frage mich aber immer, warum es solche Leute gibt. Jetzt kommt es on. Hey. Ich frage mich immer, warum es solche Leute gibt. Ja, wie Hassan und so. Wie kannst du immer so krass im Chat abgeben? Einer ist im kleinen Haus. Alles kommentiert, ey. Bei Blau. Und dass du ihn gerade ärgerst, weiß ich ja. Einer ist auf dem Hügel? Nee, von woher ist der geschossen? Das fällt mich einfach mal komplett, wenn ich da so einen finde. Ja, ist schon bei uns oben hochgelaufen. Bei Lulu geht immer den Hügel hoch. Ja. Der fällt dir in den Rücken, Blau. Der fällt dir in den Rücken. Ja, der hat dich eigentlich noch verfolgt, James. Alter, hat der mir direkt in den Hügel gegeben. Im Haus. Es sind noch drei, der Hassan-Film. Na, ich warte, die wollen das schon machen. Versuch dir noch ein bisschen Waffen abzunehmen. War da nicht gerade einer der Typen hier? 35. Wie lange braucht man für Geisel ohne Kit? 5. Bist du drin? Nein. Überraschung, Xagre! Oh, immer rein. Recht. Nice. Hinter Peter, am Auto. Ne, oben im Haus. Der ist im roten Haus. Peter ist verloren. Hab einen. So, der Hassan fehlt noch. Komm da! Oh, nice! Das haben wir noch geschafft, Peter. Sehr gut. Hassan ist sauer. Das war nicht so geplant. Das war ganz neu. Hassan ist echt. Ich lade nicht noch Peter dabei, Adem. Der muss sich doch eigentlich bei Valve beschweren. Weißt du, warum spielt man denn 30 Runden? Der müsste doch eigentlich schon gewonnen haben. Der kann man gar nicht verlieren. Dann sollte er eigentlich mal den Wissbelang haben. Was war denn richtig nice? Ich glaube, A war richtig nice. A ist nice, wegen Scheune. Also, bei A bin ich direkt aus dem Haus weggemacht worden. A finde ich super. Bei mir musst du auch passen. Hier kommt Lulu wieder an, Sip. Ja. Ich stelle mich mit so einem Schräg Richtung. Ich bin auch im Wasser. Blau, ist da direkt einer? Ne, ist ein Sikoy. Das ist doch einer da, Lu. Bei dir hat er durchgekommen. Rechts von dir. Ja, hab ich, hab ich. Da ist er zwischen uns durchgelaufen, der Arsch. Ich bin auch im Wasser. Du kannst das auch meine Waffe haben, da du ne? Gelbe Haus zu gehen. Der OG. Und da, 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 ja. Wo war der denn? Der war eines der Nebenhäuser. Nicht das Gelbe, sondern das andere. Das Kleine, ja. Ja, gehe ich jetzt Richtung Scheune? Ja, ne? Ich hätte als T viel mehr Shotgun kaufen müssen. Da war Rapida. Und Auto ist einer. Einer ist noch kleines rotes Haus und einer ist Auto. Ach, da kann man drauf? Das ist ja geil. 30. Einer ist immer noch am Auto. Der ist immer noch am Auto. Alles da, Lu. 21. Ja, also Hassan war im Auto. Den anderen weiß ich nicht. Kannst du übers Dach raus? Ne, das nicht. Das ist ja viel, ey. Oh, der rennt Richtung. Oh, da kann man raus. Was? Gegen Hassan wird schwierig. Ja, mit dem Leben auch. Der wird wahrscheinlich am Dings warten, oder? Naja, am Auto oder sowas. In einem roten Haus. Daraus kann er beide Seiten gucken. Was für's da, du machst es sehr clever. Ja, die Chance, also die Chance, die ich hab, ist super gering. Ja, du bist aber super clever. Die Frage, ob er da verteidigt, wo er selber die Geysel abgeliefert hat. Ich glaub, du kannst noch weiter nach außen, oder? Die Zeit wird langsam knapp. Ja, 30 Sekunden, um bis da vorne zu laufen. Geht schon. Alter, das ist hier Silent Hill, ey. Echt mal. Die Waffe wechseln sollen? Ja, bis zum gelben Band. Bis zum gelben Band musst du kommen. Da ist er. Da ist er. Da war er. Jawohl! Jawohl! Und gib Tim noch nie, ey. Oho! Hey, cool, ihr habt ne Waffe bekommen. Das war ganz schön böse da, Lu. Ah, das hat ja mal Glück. Aha, 6, 6, 6, 6. Ja, ja, jetzt kommt er, irgendeine Statistik findet sich immer. Genau, was ist gut? Aha, 62er Pink. Das ist ja gar nicht so geil. Geil, ey. Der hat sogar ne 13er Pink. Damit siegt der nicht halt auch da, Lu. Ein 62er bei mir. Ne, Quatsch, vergiss, was ich gesagt hab. Der Pink ist ganz vorne. Ich bin... Jetzt hab ich's ihm gegeben. Wir müssen wieder hier auf den Wald aufpassen, Blau. Am Wasser. Der hat geschossen. Boah, da ist... Hassan ist auf dem Scheunendach. Geht jetzt frontal. Jetzt geht's zurück. Ach, scheiße. Ihr kleines Haus. Am Wasser ist einer. Mit der Diegel. Rotes Haus. Kleines, rotes Haus. Kleines Haus. Genau, da irgendwo. Pushen mich gleich hier. Ah, what? Doch Jay's Satz. Vorsicht, kleines, rotes Haus immer noch. Bin drin. Ja, da irgendwo so... Ja, ich hab ihn auch kurz gesehen, aber... Aber Players Unknown-Spieler sind halt einfach besser auf dieser Welt. Hast du den im kleinen Haus jetzt gemacht? Ja. Okay. Einer ist ganz low in der Scheune. Der ist von der Orb schon angeschossen worden. Da kommt er raus. Also Lulu hat nur die gehabt, war im Wasser. Hier kommt Villa. Hassan! Am gelben Haus ist der. Ich hab doch gerade noch geschossen. Oben am Dach. Oh no! Nice. Jawohl! Na, Lulu rockt. Ui, ui, ui. Gerade ne Runde. Uuh. Zum Glück sind alle von uns stark. Ich kann mir nie vernünftige Waffen kaufen. Dann mach doch einmal. Scheiße, ey. Kaufe ich nochmal Ava? Haben wir eine Ava? Wir haben keine Ava. Okay, dann komm ich Ava. Mal den Hassan noch ein bisschen ärgern. Den Hassan ein bisschen mehr zum Hass weiterleiten. Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Du idioter Rund. Das ist halt einfach mein Game. Che mag das aber auch gerne. Das ist so witzig. Ja sicher. Das ist halt das Geilste. Das ist scheiße. Hassan pusht. Scheiße. Lulu hat. Ich will den so gerne. Oh, da schon gewartet. Das war Asim. Zu Geld kaputt machen. Das war kacke, dass ich alleine war. Das Spawn war einfach scheiße. Aber Hassan auch noch. Den hab ich genau gesehen. Schön, Christian. Was für ein Keller. Einer war noch im Wasser. Ja, hier müssten noch zwei sein. Villa ist Dan. Okay. Hab die Tür wieder zugemacht. Das ist dann schon die Geisel in der Farm gekommen. Ja, aber ich warte noch. Villa, Villa. Villa down einer. Schön, Jay. Geht zu blau raus. Noch einer Villa down. Schön. Das sieht gut aus. Jay beschützt Christian. Da ist er, im Haus. Da ist er. Villa, Villa. Ich bin jetzt ein Diegelheader. Lass mich laufen, lass mich laufen. Geisel bringt Geld. Okay, dann lauf. Alles klar, Jay. Lauf. Lauf. Dalu, du Arsch. Lauf, ich darf noch ein paar Granaten. Lauf. Ach, nice. Ach, Dalu, ey. Ach, Dalu. Lass mal das. Das ist eine vernünftige Waffe, Christian. Ja, ich habe eine vernünftige Waffe. Yay. Aber hat gerade auch irgendwie gereicht. Moment, wo bin ich hin? Der war nicht so gut, Jay. Ach, Jay. Wie, der war nicht so gut? Ja, das ist schon mega lustig. Hügel hoch. Du hast einfach keine Ahnung. Das ist nicht von Humor. Was denn? Keine Ahnung von Humor, Peter. Ach so. Ich war da gerade noch mit meinem Messer am rumspielen. Da stand der schon vor mir. Einer ist am Auto. Auto. Immer noch. Auto nowhere. Einer ist am Auto. Oh, oh. Kassan! Nice. Das ist unser, der auf dem Dach ist, ey. Warte, pass auf, Christian. Ich werde dich verarschen. Ich laufe oben ein bisschen rum. Und dann kannst du und stürmen. Toc, 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 toc. Ja, ich gucke denn. Wir gucken gerade nach oben. Wir wissen nicht, was los ist. Ja, hier ist, glaube ich, keiner. Da ist keiner, Peter. Nee, ist keiner. Ist keiner. Und, im Villa ist einer drin? Legst du hostage and go. Ja, ich nehme sie. Tötet ihn! Noch zwei. Wo denn? Jetzt linke Seite? Wie das von mir aus aussieht. Die sind beide in der Villa, glaube ich, oder? Ja, die sind beide in der Villa. Der läuft schon. I'm running. Ist man mit Pistole schneller? Und warum schießt ihr denn? Oh, ihr habt beschossen. Ich bin tot. Dann habe ich. Unser Hostage steht jetzt da, Leute. Was ist das denn? Warum ist der denn beschossen worden? Vom Haus irgendwo. Irgendwo jetzt links von dir, Peter. Irgendwie. Die Richtung. What? Also, Amst, an der Hostage? Ja, der ist an der Zone ganz links. Ja, schön, Christian. Ja, irgendwann habe ich dann die Maus doch mal ein bisschen handeln können. Ah. Moment, da sehe ich gerade wirklich die Gegner-Ränge auf Tab? Oh, er dreht es um. Er dreht es um. Äh? Aber ist das nicht verpackt? Weil es sind doch genau dieselben wie wir. Das wäre ein bisschen komisch. Ja, jetzt sind nicht genau. Ja, doch. Ja, doch. Nur in einer anderen Reihenfolge. Wäre aber ein gutes Matchmaking-System, wenn es genau die gleichen sind. Träum weiter. Träum weiter. Gleich liegt es daran, weil es schon 15 Punkte verteilt sind. Matchmaking. Leute, jetzt wird gekillt. Jawohl. Am Stein, am kleinen Haus. Also nicht am Wasser, sondern am kleinen Haus. Am Stein. Reines Haus. Aus unserer Be... Also Richtung Abgabepunkt. Sie wollen Hassan. Jetzt wollen die Hassan kicken. Gucken wir uns das Profil von dem mal an. Ach, das ist... Wow, das ist ein Spiel. Lol, da war der. Der hat 222 Stunden erst gespielt. Das ist immer wenig. Kannst du mal auf das Profil von Lulu gehen und mir sagen, ob die deutsch ist? Hat sie doch geschrieben, ja. Erdi oder das? Nee, das hatte... Er hat geantwortet. Ich guck mal. Kann er keine Profile öffnen mit meinem Account. Du bist der Letzte. Was noch? Okay, also laut Steam-Profil ist er aus Victoria, aus Trinidad und Tobago. Aha, das ist immer gut. Na Jungs. Nur noch Hassan. Kein Problem. Aber Lulu hat immerhin 2100 Stunden im CS. Das ist schon nicht wenig. Hassan, 101. Sepp gegen Hassan. Gesehen. Das sieht der gar nicht jetzt, ne? Meins schon. Die ist noch tot. Der lebt doch noch, oder? Sieht der das dann? Ach, ich glaube, du siehst auch, was die Toten schreiben. Weiß auch leider gar nicht, wo der war. Du siehst auch, was die Toten schreiben. Weiß jemand, wo Hassan war? Wird er das nicht schaffen. Wenn du die Geisel holst, du kriegst dann extra Minute. Wahrscheinlich in der Scheune. Leck. Hui. Ich guck, du bist beschossen. Villa war er, Villa. Du musst gegen ihn kämpfen. Also du kommst auf jeden Fall mit diesem leuchtenden, orangenen Sack nicht übers Feld. Da kannst du doch probieren. Da rechts, rechts. Ach, komm. Scheiße, 50. Ja, das Problem ist, du wirst so gut gesehen, wenn du die Geisel holst. Ja, die leuchtet ja quasi. Und Hassan schießt auch wirklich gut. Das muss man ihm auch mal lassen. Wow, Hassan. Aber nur, weil er so wutgetrieben ist. Ich will jetzt wieder zu meinem scheiß Spawnpunkt und ich habe nie Zeit, mir hinaus zu suchen. Ich will die unten rechts spawnen. Das ist doch A, oder nicht? Nein, A ist möglich. D, meinst du? Ich sag 10. Scheiße. C ist möglich. Alle hier sind Hubschrauber. D ist es nicht. Hier sind Hubschrauber. Die pushen zu zweit am Stein. Im Wasser. Ich versuche schnell hin zu dir zu rennen, aber das ist ein Stück. Da unten wird auch... Ja, der hat auch ne. Ähm, der hat mich... Scheiße. Der hat leider nicht gereicht. Tut mir leid. Er macht nichts. Ich hätte auch treffen können. Ähm... Wo seins denn? Das müsstet ihr eigentlich holen. Zwei Leute noch gegen vier. Ich will den Hassan messern! Ich wollte das auch machen, die Runde. Ich fühle... Nein, hol dir ne... 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 Runde Schock. Da sind Beisens... Ich hab's... Nein! Ah! Du hast Hassan gemessert! Das gibt es nicht. Nice, Team. Nice, Team. Jay hat einfach ein menschlicher Schild gespielt. Ne, ne, ne. Hassan war... Das war so nice. Hassan war oben in dem... In dem Dachboot drin. Und ich hab die Dachluke aufgemacht. Und er stand genau vor... Hallo! Geil! Oh, yeah. Jetzt sind's wieder die Mates schuld. Aber doch, ne geile Runde. Haben wir ein... Peter ist immer noch zwei Stern, oder? Ah, ich bin weiter als zwei Stern. Uprank. Aber das sind auch die falschen Ränge gewesen, Dalu, die angezeigt wurden. Das waren zwei AK. Ja, der ist AK. Ja, die hatten sogar bessere Ränge. Ja, als wenn das ausgeglichen wäre hier ein CS. Cool! Aber geile Karte, komische Gegner. Das war so ungefähr die Folge. Haut rein! Das war witzig! Ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss!